Gesundheit braucht Verstand und heute beschäftigen wir uns mit dem Vagusnerv, der zehnte von zwölf Hirnnerven. Ein Nerv, der aber in unseren gesamten Körper hineinreicht und letztlich alle Organe abfragt und die Informationen von dort zum Gehirn sendet. Warum ist es so interessant, dass sich Menschen plötzlich mit dem Vagusnerv beschäftigen und ihn stimulieren? Was hat man eigentlich davon, wenn es ganz bestimmte Stimulationspunkte geben soll, an denen er stimuliert wird? Versprechen tut man sich davon Stressreduktion, Verdauungsprobleme lösen, Herzrhythmus steuern und letztlich den gesamten Körper in einen Entspannungszustand bringen. Und tatsächlich ist der Nervus Vagus für all diese Entspannungsfunktionen durchaus zuständig. Das bedeutet aber nicht auf der gleichen Seite, dass man ihn irgendwo sich schnappt und stimuliert und damit den Entspannungszustand erreicht. Ganz typisch, und da werden sogar Geräte verkauft, dass man den Nervus Vagus an einem Punkt stimuliert, wo er tatsächlich aus dem Körper heraustritt. Das ist nämlich der einzige Punkt und das ist der Ramus Auricularis. Das ist so ein kleiner Punkt hier im Ohrbereich und da setzt man jetzt Geräte an, um ihn da zu stimulieren. Da muss man sich fragen, macht das überhaupt Sinn? Kann das nicht sogar gegenteilige Effekte haben? Darauf gehe ich gleich ein. Dazu erkläre ich Ihnen nicht die üblichen Internet-Tricks, sondern wie die Natur und Evolution es vorgesehen hat. Den Nervus Vagus so zu stimulieren, wie es sein muss, an der richtigen Stelle, am richtigen Ort und so weiter. Und natürlich mit einem Funktionsmechanismus, den der Körper vorsieht. Das Geschäft ist scheinbar erkannt, dass man den Vagus Nerv stimulieren soll, um seine Stressreaktion herabzusetzen. Also was hat man gemacht? Geräte entwickelt, die genau diesen Punkt, den Ohr, den ich am Anfang schon erwähnt habe, stimulieren soll. Also den Ast des Ohres vom Vagus Nerv, den kann man hier im Ohr erwischen. Ich hatte ja auch schon gesagt, die einzige Stelle, wo der Nervus Vagus überhaupt nach außen drückt. Also schnappt man sich die, weil da muss man ja nicht invasiv tätig sein. Man muss nicht in den Körper rein, relativ einfach und die Menschen sehen es ein. Also man kann ihn da tatsächlich erwischen. Er ist da. Warum da überhaupt noch diese Reste sind, das weiß man gar nicht. Denn insgesamt hat der Nervus Vagus als ein hauptsächlich afferenter Nerv. Das heißt, er hört hauptsächlich zu und gibt nicht Informationen unbedingt weiter. Also zu 80% hört er zu, zu 20% gibt er Informationen weiter zurück in den Körper. Das ist auch extra so gehalten, weil es muss gar nicht anders sein. Weil im Körper müssen ganz viele Informationen gesammelt werden, damit entsprechend richtige Reaktionen im Gehirn ausgelöst werden können und wieder zu den Organen transportiert werden. Also schnappt man sich jetzt diesen Ast, wo gerade mal 350 Fasern von 100.000 sind und sagt, das stimulieren wir diffus. Also gibt es eine kleine Elektrostimulation oder was auch immer und die Menschen hoffen darauf, dass das einen Erfolg hat. Liebe Zuhörer, das ist eine diffuse Stimulation. Die kennt der Nervus Vagus nicht und die kennt unser Gehirn auch nicht. Das heißt, wer auf eine diffuse Stimulation erfolgt, erfolgt auch eine diffuse Reaktion. Alles, was in unserem Körper sich abspielt, alles was da stattfindet, das hat eine Entsprechung in unseren Organen, in Teilen des Körpers. Und darauf reagiert unser Gehirn, weil dafür hat es Referenzmuster entwickelt. Aber wenn es etwas nicht kennt, dann wird es in irgendeiner Form reagieren, zweifellos, aber relativ unkontrolliert und diffus. Und das kann manchmal sogar das Gegenteil genau von dem bewirken, was wir eigentlich wollen, denn das Gehirn empfindet nur Störung. Jetzt könnten einige natürlich sagen, ja in der Medizin ist das ja auch so ein Therapieprogramm, dass man den Vagusnerv hier am Hals, meist auf der linken Seite, an der Karotte, im Umfeld der Ader, stimuliert. Weil hier läuft der Hauptstrang des Nervus Vagus zum Gehirn. Und das macht man auch tatsächlich. Aber man macht es nur bei ganz bestimmten schweren Erkrankungen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man sonst noch machen soll. Zum Beispiel bei extremen Depressionen oder auch bei Epilepsie, wenn man andere Heilungsverfahren nicht zur Verfügung hat. Dann probiert man es. Es ist aber rein experimentell und man weiß eigentlich nie vorher so richtig, was dabei rumkommt. Nur noch ganz kurz zur Erklärung. Was bedeutet das eigentlich parasympathische, sympathisches Nervensystem? Das gehört zu unserem autonomen Nervensystem. Das heißt, wir haben ein Nervensystem, wenn ich jetzt meine Hand bewege, mache ich das relativ willkürlich, kann ich bestimmen. Ich bewege meine Hand nach vorne, zur Seite, nach oben oder irgendwo. Und dann haben wir aber ein System, was uns innen nach innen versorgt, wo wir unwillkürliche Bewegungen und Abläufe in unserem Körper mitsteuern. Denkt zum Beispiel an den Herzschlag. Denkt zum Beispiel an die Atmung, die immer stattfinden muss und so weiter. Also diese Routinen in unserem Körper, die immer da sein müssen, damit wir leben. Und jetzt ist dieses autonome System, müsst ihr euch vorstellen, quasi auch nochmal geteilt. Nämlich der eine Teil hat parasympathisch und der andere Teil hat sympathisches Nervensystem. Das sind grobe Unterteilungen, die greifen auch manchmal ineinander, aber nur um die Vorstellung anzuregen, geht das sympathische Nervensystem. Wer genau das stellt euch vor, ihr würdet irgendwie auf der Flucht sein und so weiter, dass ihr dann richtig reagiert durch Angriff oder zum Beispiel weglaufen. Fight or flight. Und das parasympathische Nervensystem, also quasi der Antagonist, der darf dafür sorgen, dass ihr euch danach auch wieder ausruhen könnt. Rest intergest bedeutet ausruhen und verdauen. Die Folge der Entspannung ist dann genau das Gegenteil, was beim sympathischen Nervensystem passieren würde. Nämlich Verdauung, Herabsetzung des Blutdrucks, Herabsetzung der Herzfrequenz, Herabsetzung, Normalisierung der Atmung und solche Prozesse. Die natürlichsten Prozesse der Vagostimulation, das heißt, die unser Körper eigentlich vorsieht, sind genau die, die wir unbedingt brauchen zum Überleben. Nämlich das Atmen, das Schlucken und eine gewisse Körperspannung. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann erhält der Nervus Vagus tatsächlich die entsprechenden Informationen, die er braucht, damit er in einen Entspannungszustand kommen kann. Beispiel, wir schlucken etwa 2000 Mal am Tag. Machen wir das in der richtigen Art und Weise, in dem richtigen Ablauf, erhält der Nervus Vagus die Information, alles okay, du kannst den Körper störungsfrei ablaufen lassen. Beim Atmen eine ähnliche Situation. Da unterscheiden wir ja zunächst mal Mundatmung und Nasenatmung. Und tatsächlich ist es so, bei der Mundatmung wird der Nervus Vagus nicht in entsprechender Form angesprochen, dass er sich entspannen kann. Er empfindet eine Störung, er nimmt eine Störung wahr und meldet die zum Gehirn und siehe da, jetzt greift nicht mehr das parasympathische Nervensystem, für das unser Nervus Vagus eigentlich zuständig ist, sondern das sympathische Nervensystem, was darauf ausgerichtet ist, dass wir richtig reagieren, wenn wir uns angegriffen fühlen. Wenn wir unter Stress stehen, dass wir die richtigen Reaktionen dann hervorbringen. Allerdings stehen wir dann auch unter Stress und nicht unter Entspannung. Und kommen wir noch zum Dritten. Wenn der Körper nicht eine entsprechende Spannung aufbaut, dass alle seine Funktionen optimal arbeiten können, dann haben wir ebenfalls einen Stresszustand. Und das parasympathische Nervensystem stellt sich eher zurück und wir empfinden keine Entspannung. Im Rachenraum gibt es tatsächlich so eine Zentrale, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Sicherungskasten und Schaltkasten, wo Leitungen umgeleitet werden. Dieser Punkt heißt Plexus Pharyngalis, müsst ihr euch nicht merken. Aber da trifft tatsächlich der Nervus Vagus ein, verteilt dort Informationen auch noch an einen anderen Nerv. Und das Ganze geht zu den Nervenkernen im Gehirn. Und hier werden die Entscheidungen getroffen im Gehirn. Wie wird die Reaktion jetzt ausgelöst, die richtig ist? Es wird quasi verglichen. War es richtig, wie das Gehirn es ursprünglich mal gelernt hat? Oder ist es falsch abgelaufen, sodass das Gehirn nachsteuern muss? Das Gehirn hat vorher einen Plan davon. Und wenn der Plan nicht erfüllt wird, dann wird nachgearbeitet. Denn wir müssen ja atmen, wir müssen ja schlucken. Und das Gehirn, hatte ich vorhin schon gesagt, hat genau das gelernt, was ihm immer angeboten worden ist. Und zwar von früher Kindheit an. Nämlich, man unterscheidet da sehr präzise zwischen statistischem Lernen und episodischem Lernen. Das heißt, das kleine Kind schleift quasi schon Routinen ein. Einmal hat es sich sowieso mit auf die Welt gebracht. Aber es schleift auch diese Routinen ein, die ein Leben lang erhalten bleiben. Die also im Gehirn präsent sind. Und das Gehirn unterscheidet dann nicht, ob falsch oder richtig. Das heißt, wenn das Kind falsch schluckt und immer falsch geschluckt hat, dann hat das Gehirn das falsche Schlucken als Referenz festgeschrieben. Und von da aus setzt es den Vergleich an. Ebenso beim Atmen. Ja, wenn die Mundatmung sich durchgesetzt hat, dann ist die Mundatmung als Referenz festgeschrieben. Und von da aus stellt das Gehirn die Vergleich an, obwohl die Mundatmung falsch ist. Und die Schluckbewegung auch extrem falsch sein kann. Schwiegt keine Rolle. Aber das hat halt Folgen im Leben. Das hat massive Folgen. Und die ziehen sich tatsächlich durch ein ganzes Leben. Nämlich, dass diese Fehlfunktionen immer auch andere Funktionen, die sie begleiten quasi, die sie auslösen, die sie triggern, schädigen. Und somit kann sich das auf den gesamten Körper auswirken. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie kommt man denn zu einem natürlichen Vargus-Tonus, der uns wirklich in die Situation bringt, dass wir innere Entspannung spüren. Das ist ja ein Stress, der uns gar nicht so bewusst ist. Ja, wenn wir falsch atmen, haben wir einen Stress. Der wird uns nicht als Stress bewusst, aber der ist trotzdem in uns. Das heißt, unser sympathisches Nervensystem, Fight and Flight, ist immer angesprochen. Und jetzt die Frage, was tun wir, um das normal zu regeln? Die Antwort ist ganz einfach. Das Normale entspricht auch tatsächlich dem, was in Millionen von Jahren in uns Menschen angelegt ist. Nämlich genau präzise, wie wir zu atmen haben, genau präzise, wie wir zu schlucken haben und genau präzise, wie wir bei unserem aufrechten Gang Spannung in unseren Körper bringen, nämlich über den Kopf. Also wir müssen es gar nicht so ganz speziell und kompliziert machen, sondern können uns auf das Richtige verlassen, was unser Körper eigentlich natürlicherweise vorsieht. Dazu gehören natürlich auch so Prozesse wie Ernährung, dass man sich bunt ernährt, dass man alles Mögliche isst, sich nicht einseitig ernährt. Industriell verarbeitete Produkte möglichst meidet, weil da ist alles Mögliche drin, was wir nicht so gut vertragen können und was uns auch wirklich in Stresssituationen bringt. Und darüber hinaus natürlich, dass man Bewegung hat. Ja, dass man sich bewegt. Das muss auch kein Marathon sein, den man trainiert. Am besten macht man es sogar nicht, sondern ganz normale Bewegung. Uns reicht ja schon eine halbe, drei, vier Stunden, ein bisschen stramm spazieren gehen am Tag. Das wäre schon genug für unser Herz-Kreislauf-System und dann eventuell noch so ein paar spezielle Übungen dazu, die man auch so für die Kraft und für die Muskulatur hinzubringt. Ja, aber das reicht dann zwei-, dreimal die Woche. Muss noch nicht mal jeden Tag sein. Können wir relativ sparsam damit umgehen, aber wir müssen es machen. Und gibt es auch noch so einige Umweltbelastungen, die uns in Stress versetzen. Manche können wir gar nicht umgehen. Wir können uns ein bisschen darauf einstellen, denken wir an die BFAs, an diese lebenslang bestehenden Belastungen durch Mikroplastik, die es in unseren Körper eindringt, wenn wir irgendwas essen, trinken, Wasser trinken, was auch immer, aber selbst einatmen. Geräuschempfindlichkeiten bzw. starkes Geräuschumfeld, das stresst uns natürlich auch. Aber es gibt halt einige Dinge, die können wir nicht abstellen. Aber wenn wir unsere Basisfunktion schon relativ stabil haben, dann haben wir eine gute Grundlage, dass wir besser damit umgehen können. Und die, die unseren Kanal kennen, die wissen ja schon, wie wir darauf eingehen, wie wir damit umgehen, damit sich die Basisfunktion, also Atmung, Schlucken und die Körperstatus bzw. ich nenne es ja Kopfbalance, korrekt einstellen und ausrichten. Das klappt nämlich ausschließlich über ein Trainingsprogramm. Und dafür haben wir ja die Faceformer Trainingstherapie gemacht. Mache ich wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber es soll eigentlich gar keine Werbung sein, sondern mehr Informationen für euch, was man eigentlich tun könnte. Also wir machen ein Trainingsprogramm mit dem Faceformer und trainieren drei Funktionen gleichzeitig. Wir trainieren also Atmung, Schlucken und die Balance des Kopfes zur selben Zeit mit einer Übung. Und das genau ist das, was wir erreichen wollen, nämlich, dass die koordiniert zusammenarbeiten und jede für sich richtig. Man kann nämlich nicht nur eine Sache trainieren. Also ich könnte sagen, ich mache eine Atemtherapie, wunderbar, aber damit würde ich zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass ich meine Atemwege entsprechend aufweiten kann. Ich würde durch die Nase atmen können, wenn ich daran denke, wenn ich dafür sorge. Aber die Schluckfunktion ist ganz wichtig, die Körperhaltung ist ganz wichtig, damit sich auch unsere Atemwege richtig einstellen können. Also das nur als Beispiel, warum die drei zusammen trainiert werden müssen. Und die Faceformer-Therapie ist nahezu prädestiniert. Der Faceformer hat eine ganz bestimmte Formentwicklung und so weiter, die dafür sorgt, dass man das optimal einstellen kann. Das Training ist nicht aufwendig. Es reicht völlig aus, wenn ihr das zwei bis drei Mal am Tag durchführt. Und ihr werdet merken, schon nach wenigen Monaten habt ihr einen guten Erfolg. Dann gibt es ja genügend Atemtherapien, die darauf eingehen, wie man atmen soll, beziehungsweise die ganz bestimmte Übungen auch vorgeben, wie man es trainieren soll. Ich denke zum Beispiel an Boteco oder Nestor mit seinem berühmten Buch Press, was ja durchaus eine Menge Storys erzählt, wo solche Zusammenhänge auch erwähnt werden, weil es letztlich auch nicht so einen richtigen Anhaltspunkt gibt, wie man es denn jetzt konsequent machen soll und was man am besten macht. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man darauf achtet, es richtig zu machen. Und solche Methoden, wenn ich zum Beispiel versuche, möglichst lange Luft anzuhalten oder möglichst wenig zu atmen, das sind halt Methoden, wo ich abweiche von dem, was die Evolution eigentlich über Jahrmillionen vorgesehen hat. Das heißt, die Atemmuster sind eigentlich kontinuierlich, regelmäßig und haben auch eine gewisse Tiefe. Wir müssen unsere Lunge ventilieren. Also es sind ganz bestimmte Prozesse, die häufig vergessen werden bei verschiedenen Atemtherapien, die wir aber unbedingt berücksichtigen müssen. Und genau das beziehen wir natürlich in die Faceformer-Therapie mit ein. Fassen wir nochmal kurz zusammen, wie es sich mit unserer Vago-Stimulation verhält. Da haben wir gesagt, ja, es gibt da Geräte und dieser Markt, der wächst exzessiv. Also derzeitig sollen es ungefähr 20 Millionen sein. Es gibt aber Riesenerwartungen auf Zuwachs. Also Menschen suchen tatsächlich nach Lösungen, wie sie sich in ihrer Verzweiflung helfen können und glauben dann, wenn solche Informationen an sie herangetragen werden, dass man halt über das Ohr den Vago stimuliert und dass dann was Positives passiert. Wenn überhaupt was passiert, dann ist das Zufall und dieser Zufall, der kann sowohl ein bisschen positiv ausgehen, er kann aber auch grob negativ ausfallen. Also man weiß vorher gar nicht, was passiert. Es kommt lediglich eine diffuse Information zu unserem Gehirn und das Gehirn muss irgendwas mit anfangen. Und da gibt es natürlich eine Reaktion. Aber wie die ausfällt, das weiß kein Mensch. Wir hatten gesagt, wir müssen den Nervus Vagus auf natürliche Art und Weise stimulieren. Das funktioniert aber nur, wenn unsere Funktionssysteme entsprechend stabil so eingestellt sind, dass sie auch die richtigen Informationen an den Nervus Vagus heranbringen, dass also keine Störung empfunden wird, sondern dass die korrekte Wahrnehmung, so wie sie anliegt, auch in ihrer Korrektheit in unserem Gehirn ankommt und entsprechend erwidert wird zu unserem Körper. Und wir hatten gesagt, das lösen wir konsequent, indem wir systematisch das Schlucken, die Atmung und die Balance des Kopfes trainieren. Und das machen wir mit der Face-Former-Therapie, weil die extra dafür gemacht worden ist, diese triadischen Grundfunktionen so zu trainieren, wie sie sein müssen. Und sobald sich da Normalität eingestellt hat, dann können sich positive Reaktionen einstellen. Vorher kann es sie gar nicht geben. Denn Fehlinformationen ans Gehirn führen immer auch zu Fehlinformationen von unserem Gehirn in den Körper. Ja, Gesundheit braucht Verstand und Verstand bedeutet, dass man zunächst mal die Basis herstellt, bevor man an Wundermittel glaubt und diese anwendet. Es können sich also keine Veränderungen einstellen, wenn die Basis schon Abweichungen hat. Sie muss stabil sein, sie muss so funktionieren, wie unser Körper das in der Evolution, aber man sagt auch so schön, physiologisch vorgesehen hat. Ja, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder liken, am Freunde, Bekannte weitergehen. Schreibt einen Kommentar unter das Video. Wir versuchen immer so schnell wie möglich darauf einzugehen. Manchmal gibt es auch Verzögerungen. Aber abonniert unbedingt unseren Kanal. Dann sage ich wieder, Tschüss Leute.